Willst du irgendwann auch so ein Intro-Musik bekommen? Ja, kann man was besorgen, kann man was basteln, aber erstmal einen wunderschönen Tag, Mittag, Abend oder je nachdem, wie man euch das Ganze hier anhört. Hallo auch in die Kamera für alle, die das auf YouTube anschauen. Hallo für alle, die sich auf Spotify anhören oder wie auch immer. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, Forever Gains Talk. Ich hoffe, ihr seid alle gut in die Woche gestartet, wir sind ein bisschen spät dran. Hier laut Tacho haben wir schon 22.15 Uhr. Haben jetzt auch noch mal ein bisschen unseren Mikrofon-Setup hier nochmal rumgemacht, weil das ist ja noch nicht so, wie wir es wollen, aber es wird immer, immer besser. Mal gucken, ob wir auch demnächst mal das Recording anders gestalten. Aber das ist alles noch Musik von morgen oder wie sagt man, Sterne von gestern. Ah, ich weiß es nicht. Ich bin ja nicht so ganz viel mit den ganzen Sprüchen. Aber sag du auch noch mal zwei, drei Sätze zum Reinstieg, Einstieg. Hello again. Ja, es ist schon schön. Aber wir sind schon müde, ne? Wir haben uns so aus der Hüfte geschwungen, weil wir haben viele tolle Themen, über die wir sprechen können. Aber heute wird's magic. Let your dreams come true. A.K.A. Double Slash Forward. Auch ein bisschen. Let's talk about your potential. Über dein Potenzial. Wird es mit T oder mit Z geschrieben? Ach, nicht Rechtschreibung, nichts Gutes. Ja, was hat das alles auf sich? Weil wir hatten vorhin in unserem Team-Meeting, wir kommen eigentlich just aus dem Team-Meeting und die Jenny war ja am Wochenende im ganz tollen Seminar, die Global Rally. Und da hatte der liebe Petar, der liebe Pepi, ein paar Sachen gesagt, wo man als Kind lebt, groß wird. Da hat man Wünsche, hat man Träume, hat man einfach diesen, ich sag mal, ist es bis, was ich sagen will? Nein, diesen einfach, du lässt dich nicht von deinen Träumen beirren. Du willst Astronaut werden. Fuck yeah. Du willst, keine Ahnung, Feuerwehrmann. All diese Träume, ja, heroische Träume, heroische, auch vielleicht Berufsbilder und sowas. Aber die Kids hatten noch Träume oder haben Träume, die im Laufe des Erwachsenwerdens, vielleicht auch durch die Realität, die man sich hier erschafft, durch sein Umfeld, löten gehen. Beraubt werden. Ja, du wirst beraubt. Die rippeln dich ab und du lässt es zu. Aber wie bauen wir das Ganze denn jetzt auf? Ja, wie, aber ein kleiner Schwenk aus deinem Leben, aus meinem Leben. Aus dem Kindergarten, vielleicht die frühesten Erinnerungen aus dem Kindergarten. Was wolltest du denn werden? Es gab nichts. Gab es nichts? Also, als Kind, ich wollte immer anders sein wie andere. Ich glaube, das war immer, was heißt, ich wollte immer. Also, ich sage mal so, ich habe einfach gemerkt, dass ich anders bin wie andere, weil Menschen mich komisch angeguckt haben. Zu der Zeit, als ich groß geworden bin, war das noch nicht so üblich, hier im Dorf Asiaten zu haben. Und ich habe halt einfach als Kind schon gemerkt, dass ich wahrscheinlich nicht anders bin, aber einfach anders aussehe. Und deswegen war ich schon per System immer anders als andere. Also, wenn die Mädchen damals wirklich gesagt haben, sie mögen rosa, meine Lieblingsfarbe war wirklich schon immer schwarz. Also, es gibt eine Tapeaufnahme von mir, da steht Lieblingsfarbe schwarz. Die Leute wollten, also die Mädchen wollten alle Pferd. Aber schwarz ist keine Farbe. Ja, genau. Dann wollten alle ein Pferd als Tier. Urschbar. Und ich wollte einen Hund. Also, ich wollte einen Hund. Aber ich kann sagen, ich hatte schon früh den Traum, die ganze Welt zu bereisen. Und ich hatte schon, also mir hat es am Frankfurter Flughafen gefallen, weil da eben so viele verschiedene Menschen waren. Und weil so viele Sprachen gesprochen wurden, das hat mir immer gefallen. Und ich wollte eigentlich immer Sprachen studieren. Und in Frankfurt am Flughafen arbeiten. Und ja, ich wollte halt die Welt bereisen. Das waren so meine realistischen Räume als Kind. Und ganz aktuell und brandaktuell. I have a dream, dass ich diese Woche zum Friseur komme. Nee, Spaß beiseite. Ich schaffe es diese Woche noch zum Friseur. 100 Prozent. Wenn nicht nächste Woche spätestens wegen unserer Business Opportunity. Aber ich glaube... Da will ich auch ganz kurz Werbung für uns machen. Das blende ich hier dann auch nochmal ein über das Video. Diesmal versprochen, ich blende was ein. Und zwar Ende des Monats haben wir in Bad Dürkheim unsere Business Opportunity. Lerne uns kennen, was wir so machen. Ja, in einem schönen kleinen Rahmen. 30, 40, 50 Personen werden wir sein. Ja, da treffen wir uns in Bad Dürkheim im Kurpark Hotel. Kurpark heißt das, ne? Kur Hotel. Ja, ja, da wo es Casino ist. Genau, da wo es Casino ist. Da kannst du dann auch in Anschluss spielen gehen. Also edel. Genau. Weitere Infos halt eben auch hier im Video, auch in den Shownotes, beziehungsweise in der Beschreibung zu finden. Wir würden uns freuen, wenn du Bock hast, dich zu verändern oder jemanden kennst, der Veränderung sucht. jetzt ohne Nepper, Schlepper, Bauernfänger, der noch Wünsche und Träume hat, der kann sich dann eingeladen fühlen, soll sich bei uns melden, soll sich ein Ticket buchen und 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 hier in der schönen Pfalz Bad Dürkheim Kurort, das größte Weinfass der Welt. Da gibt es, denke ich, auch mal ein Schrolle hinterher. Also, Wünsche und Träume. Du wolltest noch weiter sagen, was machen, was sagen, was tun? Ich wollte eigentlich nur sagen, dass, glaube ich, als Erwachsener meine Wünsche und Träume größer sind, als, ja, wie sich sie als Kind hatte, weil ich, glaube ich, als Kind schon einfach immer mit Erwachsenen zusammen war. Ich bin als Einzelkind groß geworden. Ja, ich sage mal so, meine Mutter hat jetzt auch nicht viele Bekannte gehabt, die Kinder hatten, außer meine Cousine, die jetzt auch im selben Alter war. Und, ja, also irgendwie bin ich schon als Kind so, ich habe mich als Kind nicht als Kind gefühlt und war schon so als Kind so realistisch einfach, ja. Aber ich hatte halt immer den Traum, ich wollte studieren, obwohl ich auf die Hauptschule gegangen bin und obwohl mir wirklich jeder eingeredet hat, dass ich das nicht kann oder in unserer Familie studiert man nicht oder was auch immer oder so, ne, war ich aber immer schon jemand, der studieren wollte und den Traum habe ich mir erfüllt. Ich habe meinen Bachelor gemacht und mache jetzt sogar meinen Master. Also auch das können ja Träume sein und ich wollte erfolgreich, wollte eine Karriere machen, wollte erfolgreich sein. Letzten Endes habe ich 800 Mitarbeiter gehabt, ne, also waren Dinge, die hätte man von mir als Kind nicht gedacht, weil ich ein super schüchternes Kind auch war. Ja, und im Endeffekt habe ich das auch alles nur erreicht, weil ich an mich selber und an meine Träume geglaubt habe, weil mein Umfeld, nicht, dass sie nicht an mich geglaubt haben, aber man wird einfach wirklich so erzogen, dass man einfach immer klein bleibt, Schuster bleibt bei deinen Leisten, bodenständig, realistisch und überhaupt, aber man muss doch mal große Träume haben, man muss doch mal denken, ey, ganz ehrlich, ich werde mal mir eine Villa kaufen, ich, was weiß ich, kaufe mir ein Flugzeug oder ich werde weiß der Geier was. Ja, aber findest du nicht, dass man da differenzieren muss? Ich meine mal, zum, zum, also, wenn man es mal wirklich rational betrachtet, brauchst du ja keine Villa. Ja, auch, auch das dritte MacBook, das zweite iPad, die dritten Paar Dior Schuhe oder irgendwas, das ist ja eigentlich auch nur gutes Marketing. Die einzigen, die davon profitieren, sind die Firmen, sind die Holdings, die die Marken in den Markt reinpushen, fertig. So, aber, mal ganz kurz, du warst ja sehr abgeklärt als kleines Kind, ne? Ja. Abgeklärt, weil du wahrscheinlich auch viel mit Erwachsenen groß geworden bist und weniger mit Kindern, außer in deiner Klasse. Aber ich hatte immer den Traum, ich wollte viele Barbies und ich hatte 100 Barbies. Ja, vielleicht war das auch dann irgendwo so ein eingeimpftes Schönheitsideal, ne? Nein, ich habe einfach mit denen gern gespielt, es hat gar nichts mit dem Aussehen von der Puppe zu tun gehabt, sondern ich mochte das, halt weil du mit Barbies auch wieder so Erwachsenen-mäßig gespielt hast, so, aha, ich gehe zum Friseur. So, ich habe nie mit Barbies gespielt, ich kann es auch von meiner Schwester, von der Creation, ne, aber... Ja, irgendwie... Irgendwann konnte man die Arme verdrehen, glaube ich. Ich habe schon immer gern die Wirtschaft angekurbelt. Aber mal kurz von mir gesprochen, also, klar, du hattest immer, ich weiß noch, ein Weihnachten oder war es ein Weihnachten, keine Ahnung. Also, ich wollte unbedingt einen Tyrannosaurus Rex, keine Ahnung, da war, das war noch vor Jurassic Park, ich war noch, glaube ich, gar nicht in der Schule oder sowas, im Kindergarten. Auf alle Fälle habe ich dann ein Stegosaurus geschenkt bekommen. Ich war mega enttäuscht. Die Lili hat uns damals, Lili war immer sehr großzügig, also meine älteste Schwester, und die hat immer versucht, das zu erfüllen, was im Rahmen der Möglichkeiten war, ne? Da hat sie uns, ich hatte das Playmobil-Piratenschiff geschenkt. Aber dann hat sie es nicht, wenn du es zusammengebaut. Ein Traum ist zusammengebrochen. Da war es da und ich konnte es nicht zusammenbauen, weil ich auch ein bisschen zu blöd war zum Zusammenbauen. Aber was ich eigentlich sagen will, also, klar, du hattest immer, also ich hatte immer Träume, ein Michael-Jordan-Trikot, ja, Basketball, richtigen Coefe, Michael-Jordan damals, ne, in den 90ern, was der alles abgeräumt hat. Ja, also, du hast immer so irgendwo Materielles gewollt, aber wenn ich das mal so rückblickend respektiv das betrachte, wollte ich immer meinen Frieden. Meinen Frieden, meine Ruhe. Ich sage nicht Glückseligkeit, aber vielleicht kann man es damit ausdrücken. Ja, also, ich meine, das war jetzt auch nicht so gemeint, dass man nur materialistische Träume hat, sondern das kann ja auch sein, ich will unbedingt mal nach Australien oder ich will Bunty-Jumping oder, also, es ist ja mal völlig dahingestellt, was dein Traum ist. Wichtig ist doch einfach nur, dass du dir deinen Traum nicht rauben lässt und selber an deine Träume glaubst, aber auch daran arbeitest. Ich meine, klar, man kann natürlich sehr viel auch mit Manifestieren und Visualisieren bearbeiten, aber natürlich muss man auch was dafür machen, ne, also, man muss schon sich auch bewegen in die Richtung, dass sich Dinge erfüllen und ich glaube einfach fester dran, wenn man Träume und Ziele und Wünsche hat. Man kann alles erreichen, wenn man es nur fest genug will, also, wenn das Warum groß genug ist und wenn man einfach daran arbeitet, weil ganz ehrlich, es hätte never ever jemand gedacht, ja, dass wahrscheinlich Will Smith so ein bekannter Schauspieler wird, der eigentlich der Prince of Bel-Air war, ne, also, keine Ahnung. Oder, ja, ganz der Klassiker sowieso Steve Jobs, der noch nicht mal seinen Studienabschluss geschafft hat, in der Garage gebastelt hat und... Moment mal, Moment mal. Ja. Diese ganzen Sagen und, 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 was weiß ich nicht, Geschichten, wie etwas angefangen hat. Klar, es gab eine Garage, man kennt auch das Bild von Amazon, der Jeff Bezos. Kennt ich sogar auch, ja. Das Jeff Bezos Bild, wo er in dem Büro hockt, ein PC, zwei, drei Sachen an der Wand, Millionen Business gestartet, Milliarden Business, verändert Leben heutzutage. Ganz ehrlich jetzt mal. Aber Moment mal. Jetzt denke ich mal an diesen tätowierten Typ da. Bei Tyson. Der bei Twitch da immer ist. Nein. Ah, der Montana Black. Also bitte, sag mir nicht, dass der gedacht hat, dass der so Fame wird. Nee, natürlich nicht. Und dass es irgendjemand ihm zugetraut hätte. Nee. Ja, also. Ja, aber es wird Elon Musk genannt. Es wird Bill Gates genannt. Aber die haben einfach fucking einen Background gehabt, den hat keiner. Aber dieser Montana hat jetzt nicht so einen fucking Background. Nein, der war drogenabhängig oder irgendwas süchtig und Therapie schwer erziehbar. Keine Ahnung, wie genau der Lebenslauf war oder sich angehört hat. Oder was weiß ich, dieser Apache, der hier immer so mega gehypt wird. So wie ein Apache. Der hat doch, der ist ein guter Junge aus Lübungshafen, aus Gartenstadt. Ja, aber wer hätte gedacht, dass der mal so Fame wird? Ja, das ist der. Also Kasch Wies dem die Schuhe gemacht hat, war der da schon so Fame. Aber dennoch, klar, die haben die Idee, die ziehen durch, aber dennoch haben sie Gönner. Worauf ich hinaus will. Wann fängt denn das an, mit Träumen sterben? Wann fängt denn das an, dass man so abgefuckt ist oder so abgeranzt ist, zu resignieren und zu sagen, es so hinzunehmen? Ich glaube, es kommt einfach auf dein Umfeld drauf an. Wenn du Eltern hast und Freunde und Familie, die dir sagen, ach, hör doch auf, das wird eh nichts. Wenn die dich nicht unterstützen, dann musst du schon ziemlich stark sein, um dagegen anzukämpfen. Ja, ich glaube, das fängt auch schon viel früher an. Es gibt ja, wenn ich auch wieder auf meine Grundschulzeit zurückschaue, ich war der einzige Schüler oder das einzige Kind aus meiner Klasse, der in der weiterführenden Schule auf der Hauptschule gekommen ist. Und da warst du automatisch stigmatisiert. Der Rest auf dem Gymnasium, zwei Stück auf Realschule oder ich weiß nicht mehr, wie die genau Konstellation war. Weil du wirst ja automatisch stigmatisiert und du bekommst dir in die Wiege gelegt. Aus euch wird nichts. Das stimmt. Du brauchst dich nicht anstrengen. Maximal wie aus dir ein guter Mechaniker irgendwas. Und dann musst du auch Glück haben, dass du einen Betrieb findest, wo du anständig bezahlt wirst oder wo Überstunden abgegolden werden oder, oder, oder. Ich glaube, da fängt es ja schon an, dass du vielleicht schon abgefuckte Personen vor dir hast, die deine Lehrer sich schimpfen und die eigentlich schon mit ihrem Leben abgeschlossen haben, resigniert haben und ihren Frust auf dich übertragen. Ich glaube, da fängt es schon an. Berufsschule war dasselbe Bild. Mathelehrer. Jeder sah aus wie Kopernikus himself, ne? Der sagt, also, ich wird nichts. Ihr könnt nicht nur zwei und zwei zusammenrechnen. So, ein Jahr später, zwei Jahre später oder wann das war, gehe ich studieren, habe Mathematik, hohe Mathematik, lineare Optimierung. Ich kann mir diese Themen immer wieder hochbringen. Habe da einfach mal einen Dreier weggeflext. Das ist keine großartige Leistung. Aber ich war schlauer, als zwei und zwei zusammenzuzählen. So, ich glaube, da fängt es ja schon an, dass du einfach dein Umfeld dir so kreieren musst, dass du einfach als Gewinner aus der ganzen Sache rauskommst. Das sind meine zwei selben. Ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht so genau, weil ich meine, dasselbe ist ja, also, es gibt ja immer diese klassische Story, dass es zwei Brüder gibt, die aus einer Familie kommen, wo der Vater Alkoholiker ist, Hartz IV, also, ne, so am Rande des Existenz, ne, Überlebensminimum und der eine wird erfolgreicher Anwalt und der andere kommt, landet im Knast, weil er halt nur Straftaten begeht, ne. Also, warum ist es so, ja, weil der eine sich entscheidet, was zu machen und das Ganze sich anguckt und sagt, so will ich mal nicht enden wie meine Familie und nimmt das als Antrieb und der andere sagt, naja, aus mir wird ja eh nicht mehr, guck dir mal an, wo ich hier groß geworden bin, also kann ich ja gleich, ne, also, es ist eigentlich immer nur eine, ja, du bist eigentlich immer nur eine Minute weg von dem Erfolg. Aber, 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 ich glaube, das Thema ist viel größer, als wir jetzt gedacht haben, weil ich denke, guck mal, jetzt hast du Zwillinge oder Brüder, du sagst, der eine macht so, der andere macht so, vielleicht müssen wir da weiter ausholen, vielleicht fehlt einfach bei einem, da muss ja jetzt ganz theatralisch werden, einfach ein bisschen mehr Liebe, dass derjenige an sich geglaubt hat oder an sich glaubt und halt eben nicht in irgendeine, was weiß ich, Drohngeschichte abrutscht und der andere wird der Banker und der gute Sohn schlechthin, vielleicht liegt da schon das Übel an der Wurzel oder in der Wurzel, weißt du? Ich glaube, die Entscheidung liegt dabei, ich glaube wirklich, man ist immer eine Entscheidung davon entfernt, weil im Endeffekt kommt es doch immer darauf an, ob du das Negative als Ansporn nimmst, besser zu sein oder ob du dich davon runterziehen lässt. Also, für mich war das, wenn jemand mir gesagt hat, dass ich etwas nicht kann oder dass das irgendwie jemand mir was schlecht geredet hat, war das für mich immer der Antrieb, es quasi zu beweisen, dass ich es doch kann. Aber es gibt Menschen, wenn die keinen Lob bekommen, sondern immer nur Kritik oder eben nichts, dann haben die auch keinen Bock mehr, dann haben die gar keinen Antrieb, weil die keinen Eigenantrieb haben, sondern immer vom Außen her motiviert sind und das ist sowieso schlecht. Du brauchst, ich meine, niemand kann dich treiben. Die intrinsische Motivation. Naja, also, man sagt ja ganz klassisch, man kann den Hund nicht zum Jagen, wie nennt man den Spruch? Du kannst Pferde zur Trinke führen, aber saufen muss es selbst. Nee, nee, man kann nicht. Aus einem Ackergaul macht man kein Rennpferd, nee, keine Ahnung. Das ist auch ein guter Spruch. Ich weiß es nicht, aber da gibt es noch so einen Spruch aus einem, irgendwas mit dem Hund. Ach, ist ja egal, aber auf jeden Fall ist es ja so, dass die Motivation von einem selbst kommen muss, man muss sich selber motivieren, Dinge zu tun. Du kannst vom Außen nicht motiviert werden. Natürlich gibt es Inspirationen, natürlich kann man sich durch Podcast, wie zum Beispiel unser Podcast, oder durch Bücher oder durch Filme und so weiter kann man sich natürlich oder Idole, Vorbilder, kann man sich eine Motivation irgendwo holen, dass wenn man mal wirklich so einen Tief hat, man sich das anguckt und dann wieder so motiviert ist. Aber letzten Endes muss der Antrieb von dir selber kommen. Also ich werde es nicht schaffen, dir so viel in den Arsch zu treten, dass du Bestleistung bringst. Und da hole ich jetzt auch wieder aus und sage, du hattest mindestens eine Person, die an dich geglaubt hat. Wer? Vielleicht die Großmutter. Moment mal. Also ich will nicht sagen, dass niemand an mich geglaubt hat. Also es war nicht so, als ob die gedacht haben, ich bin, meine Großmutter, egal wie es war, war ein super, ich will nicht sagen negativ realistischer Mensch. Also meine Oma war super bescheiden. Die hat immer gesagt, nee, nee, also für uns ist es nicht, nee, nee, also nicht so dick auftragen, immer, ne, immer unter. Das war diese falsche Bescheidenheit. Ja, immer unter dem Radar schwimmen und, ne, also lieber bodenständig, solide in der Ausbildung machen, was lernen und das schaffen, besser wie Stress machen und scheitern. Aber sie hat an dich geglaubt, dass du trotzdem alles, weil ich muss auch noch mal sagen, die Jenny hat immer extreme Power. Also wenn ich noch penne und schnarche und die Decke voll ist, aber ist die ich schon längst am Schaffen und schon am Machen. Also da geht es eigentlich schon früh die Lokomotive los, ne. Was ich sage will, dass du, also wir können ja nur von uns sprechen, wir haben selten Beispiele, wo wir wirklich hinter die Kulissen schauen können, wie es bei anderen abgelaufen ist, ne, dass du halt auch einfach diese Power mitbekommen hast, weil deine Großeltern beispielsweise oder auch dein Vater, die waren selbstständig. Ja, das stimmt. Und die Selbstständigen, wissen wir, die können nicht sagen, ich stehe erst mit zwölf auf und dann se la Vicherie. Ja, also unsere Familie war eine absolute Arbeiter, also Schaffert. Weil da sehe ich, ich habe ja auch wieder eine schöne Liste hier vorbereitet, die hier auch beispielsweise diesen einen Punkt hier mitgebracht hat. Diese Liste. Entmutigung durch Misserfolg, ne, warum können Träume, warum können Wünsche platzen, warum kann man nicht daran arbeiten? Entmutigung durch Misserfolg, wiederholte Misserfolge oder Rückschläge können dazu führen, dass Menschen den Glauben an sich selbst und ihre Fähigkeiten verlieren. Dadurch könnten sie ihre Träume aufgeben und sich oder in sich resignieren, sozusagen. Finde ich einen guten Punkt, weil auch bei uns in der Schule wiederholt schlechte Leistung, ne, vielleicht auch schlecht vorbereitet, ne, durch einen selbst, vielleicht auch durch den Lernenden, auch durch die Person, durch das Fachpersonal selbst, ja. In einem Misserfolg machst du das nächste Mal besser, eben nicht, ja, dass du halt eben dir selbst nicht mehr zutraust. Und das ist, glaube ich, schon die Quintessenz der Meister, da halt eben weiterzumachen, auch wenn Misserfolg entsteht. Aber ich sage mal, das ist ja auch ein Thema von falschem Perfektionismus. Das habe ich ja auch bei einem Seminar quasi ja dann coached. Sie besuchen Seminare. Und da habe ich so direkt dich wiedererkannt. Mich. Ja, weil du hast auch so einen falschen Perfektionismus, ne. Also man muss wissen, das Ding ist zum Beispiel, also ich denke schon, dass ich sprachlich talentiert bin, weil ich einfach mir, also vielleicht dadurch, dass ich halt wirklich Migrationshintergrund habe, ne, finde ich, dass man einfach ein besseres Gehör für Fremdsprachen hat oder manchmal Leute versteht, die eigentlich gar nicht die Sprache sprechen. Naja, auf jeden Fall ist es bei mir so, ich habe schon immer durch… Verstehen Sie mich. Ja. Ja. Ich habe durch Hören immer gelernt und habe nachgesprochen. Also ich lerne eine Sprache von der Praxis wirklich, ne. Also hören, nachsprechen, was heißt es? Okay, merkt, ne. So. Aber ich kann keine Sprache perfekt. Also wahrscheinlich, ne, ich kann keine Sprache perfekt. Auf jeden Fall, ähm, beim Dommer ist es so, also jetzt zum Beispiel Englisch. Ich bin zweisprachig aufgewachsen. Ich würde behaupten, dass ich gut bis sehr gut Englisch kann. Weiß ich nicht. Oder was sagst du? Ja. Das können sie. Komm, jetzt. Doch, du hast auch, ne, die Scham, ne, diese Grenze. Also ich, ne. Barriere, die meisten haben diese Hemmung. Also ich muss dazu sagen, ich kann auch, also zum Teil räume ich auch Englisch, denke Englisch, ne. Aber das passiert halt einfach so. Ich mach mir da keine Gedanken drüber. Aber wie gesagt, ich bin zweisprachig aufgewachsen. Nichtsdestotrotz sind meine Wirtschaftsvokabeln zum Beispiel nicht die besten. Also mein, ich kann mich halt, danke, überhaupt nicht. Ne, meine auch nicht, hab ich gesagt. Jo. Ich hab's da auf der Aufnahme hier. Ich kann mich halt, ich kann mich halt gut unterhalten. Du, und wenn du ein Wort nicht weißt, umschreibst du's. Aber ich kann auch ein Wort, ich umschreibe ein Wort auch ganz gut. Beim Dommer ist es so, der kann eigentlich voll viele Vokabeln, auch viel mehr wie ich, aber er spricht nicht. Also er spricht schon Englisch, ist jetzt ein dummes Beispiel. Aber bevor er was falsch sagt, spricht er lieber nicht. Zum Beispiel Kroatisch ist für mich eine superschwere Sprache. Das ist auch eine schwierige Sprache. Mit Lüpp und Rüpp und weiß, was heißt es? Smrt und Rüpp. Also das ist für mich einfach, ne, bekloppt so. Auf jeden Fall lacht sich er doch mal natürlich über mich kaputt, wenn ich halt Wörter falsch ausspreche. Allein das Thema Osjek, ne, da lacht er schon wieder. Keine Ahnung, wie man Osjek anders aussprechen soll, aber man spricht es anscheinend anders aus. Hast du schon mal in Rovin hier Urlaub gemacht? Egal, auf jeden Fall. Das Ding ist aber, bevor er spricht und macht Fehler, spricht er lieber nicht. Und das ist halt total falscher Perfektionismus, weil, das war nämlich auch in dem Seminar, Perfektionismus ist nicht Perfektionismus, weil jemand irgendwas perfekt machen will, sondern man steht sich selber einfach im Weg, weil man sagt, das und das und das und das muss noch passen, bis man anfängt. Und dann fängt man einfach nie an, weil es nie perfekt sein wird. Deswegen lieber als Amateur starten, auch wenn es holprig ist, auch wenn man fällt, auch wenn man Fehler macht, auch wenn man sich blamiert, aber durch die Blamage und durch die Fehler wird man Perfektionist. Dadurch erfüllt man sich seine Träume und nicht dadurch, dass man sich sagt, ich bin nicht gut genug, es ist noch nicht perfekt, und nicht anfängt. Also diese Psychoanalyse, die kickt ziemlich gut rein. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel mich darüber ärgern würde, dass du im Deutschen immer meine Rechtschreibung kritisierst, im Kroatischen dich kaputt lachst über mein Osijek, im Englischen, keine Ahnung, mir dann sagst, das heißt nicht host, sondern host, oder ist es doch wieder umgekehrt? Keine Ahnung. Nein. Also so verschiedene Sachen. Moment mal, wenn du gefühlt 20 Mal am Tag gefragt wirst, wie irgendein Wort geschrieben wird, dann ist es auch an die Backe. Ja, aber wenn jemand einfach eine Rechtschreibschwäche hat, so wie ich, dann ist das völlig legitim. Ja, natürlich. Da kann man alles legitimieren. Natürlich. Das ist alles in Ordnung. Aber ich meine, wenn ich mich davon demotivieren lassen würde, dann würde ich ja gar nichts mehr sprechen, dann würde ich ja gar nichts mehr machen. Aber mir ist es ja egal. Du und nicht sprechen. Oh, das würde nicht funktionieren. Ja, aber weißt du, was ich meine damit? Ja. Ich gucke halt einfach drüber weg und bei mir geht es halt wirklich da rein, da raus und ich mache meinen Schuh, meinen Stiefel weiter, weil ich es mein Leben lang schon so mache. Egal, was mir jemand sagt. Aber Frau Stiefel, ich mache meinen Schuh, wie ich will. Wir sind beim Thema Wünsche und Träume, wenn die platzen. Oder sind wir hier beim Potenzial schon gelandet? Weil es kann hier auch ein weiterführender Punkt sein. Ja, das ist doch mit Wünsche und Träume, weil, habe ich ja gerade erklärt, wenn ich mich immer von solchen Dingen, von solchen Kleinigkeiten aufhalten lasse, dann kann ich ja meine Träume niemals verwirklichen, weil ich dann aufgebe. Das ist ein valider Punkt. Externer Druck. Manchmal können externe Einflüsse wie gesellschaftliche Erwartungen, familiären Druck oder finanzielle Zwinge dazu führen, dass Menschen ihre eigenen Träume und Wünsche zugunsten anderer Prioritäten aufgeben. Das stimmt. Ja, die selbst aufopfernde Mutter, der Vater, der Doppelschichten schiebt, anstatt die Kinder von der Schule abzuholen. Ja, das stimmt. Um den Kühlschrank zu füllen oder, oder. Es gibt ja viele Beispiele wahrscheinlich auch, hat man selber schon erlebt, dass halt vieles auf der Strecke geblieben ist, um das Leben zu bestreiten. Aber auch da, ich meine, um Gottes Willen, das kann ich nachvollziehen. Wenn es mit der Existenz zu tun hat, wenn da Kinder dahinter stecken, irgendwie sowas, dass die Träume dann vielleicht hinten anstehen müssen, ist absolut verständlich. Aber wenn du dieses Kind bist, dann mach doch du was draus, lern doch was draus. Wenn du es kannst, mach doch deine Träume möglich. Und die Situation wird ja nicht für ewig so bleiben. Also irgendwann wird die Situation ja auch besser. Und dann kann man ja wieder seine Träume aufnehmen und daran arbeiten. Oder einfach einen Weg finden, wie man seine Träume verwirklichen kann. Es gibt Möglichkeiten, wenn man danach sucht. Ja, natürlich gibt es da auch Ansätze, wenn man dann auch wieder reinkommt in das ganze Thema. Weil dann bin ich auch gleich hier, also der erste Punkt war ja, die Entmutigung durch Misserfolg. gepaart dem dritten Punkt hier irgendwo, Angst vor dem Versagen. Die Angst davor, dass man seine Ziele nicht erreichen könnte, kann Menschen dazu bringen, ihre Träume aufzugeben, bevor sie überhaupt versucht haben, sie zu verwirklichen. Diese Angst vor dem Versagen kann stark genug sein, um jede Initiative zu ersticken. Auch wieder Punkt, weil das kennen wir auch aus unserem Job hier mit Forever, die Angst zu versagen, die Angst, keinen Abschluss zu machen, die Angst, keinen neuen Kontakt oder was weiß ich nicht oder irgendwas, was dich in deinem Brain dazu oder davor abhält, ja, das katapulierst du dich schon selber ins eigene aus. Ja. Also die Angst vor dem Versagen ist, und ich denke auch, klar, ich denke, dass Angst vor dem Versagen, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, zu 90 Prozent, was mit dem Umfeld zu tun hat. Okay. Nicht mit dem direkten Umfeld, aber was sagen die Nachbarn, was sagen die Tanten, was sagt die Familie, was sagen die Freunde, wenn ich jetzt hier versage. Also es hat gar nichts damit zu tun. Ich habe schon immer gewusst, aus dem Wert nichts. Ja, es hat gar nichts damit zu tun, dass man selbst denkt, man versagt, sondern meistens hat man Angst, vor anderen zu versagen, würde ich behaupten. Guck mal, der muss Regale einrahmen. Ja, und ich meine, das Ding ist, keine Ahnung, also ich bin echt schon durch viel Widerstand gegangen. Hat dich aber stronger gemacht, wenn man es so sagen will. Ja, also ich meine, das eine ist ja die Karriere, die ich mir schon aufgebaut habe, das andere ist natürlich das Network, an dem wir arbeiten, wo vielleicht alle denken, oh, das ist so easy, aber es stimmt ja nicht. Also wir haben ja mehr als genug Gegenwind gehabt und haben den nach wie vor und man muss halt auch wirklich sagen, es trennt sich immer noch die Spreu vom Weizen. Es ist einfach so. Was machen die Podcast? Ja, es gibt einfach Menschen, die wird man zwangsläufig hinter sich lassen, weil man einfach nicht mehr auf derselben Ebene schwingt. Es ist ja auch das Ding, so wie die Kaline das sagen würde. Passt du in meinen Traum? Sehe ich dich, wenn ich jetzt hier... Die Frage ist ja nicht, passt du in meinen Traum, sondern oftmals auch, lässt du mich meinen Traum leben? Genau, ja. Wie lässt du mich denn stattfinden? Oder akzeptierst du mich mit dem? Ja, die Leute sind komplett durch manchmal heutzutage. Auch hier Veränderungen im Lebensumfeld, Lebensereignisse wie Umzüge, berufliche Veränderungen oder persönliche Krisen können Menschen dazu bringen, ihre Prioritäten neu zu bewerten und ihre Träume zugunsten von Stabilität oder Sicherheit aufzugeben. Auch natürlich. Vielleicht auch ein Beispiel aus dem Balkankonflikt, Balkankrieg, ja, was da für Häuser, Immobilien zurückgelassen wurden, um zu flüchten, um neu anzufangen. Das war wahrscheinlich für die Leute da unten der Traum schlechthin. Ja, das stimmt. noch ein kleines Gärtchen hinten dran, ein Vorgärtchen, wie auch immer, ein kleines Feld, ein kleines Stall mit ein paar Hinkeln, also Hühnern, ja, und dann ist sowas passiert, dann ist der Traum weg. Ja. Stimmt. Oder bist als Kriegskind aufgewachsen, mitten im Krieg. Das Haus ist besetzt. Ja, das Haus ist besetzt und Papiere sind weg. Wem gehört's? Aber oftmals ist es ja nicht mal das, viele Leute sagen ja auch, es geht eigentlich auch um die Bilder, die da drin waren, die Erinnerungen, die man da hatte. Natürlich, das ist ja auch all das. Gut, das ist wieder ein anderes Thema, wie geht man mit sowas um? PTSD oder wie das Ganze heißt, das posttraumatische Stresssyndrom und was es da so gibt. Ja. Aber, und ich denke, das ist auch eine ganze Generation, die da herauskommt, die auf gar nichts mehr Bock hat. Ja, die dann, vielleicht hast du natürlich die Handvoll Beispiele, die wieder mehr wollen oder die wieder anfangen zu träumen, aber so ein traumatisierter Mensch ist, glaube ich, wieder ganz, ganz schwer auf die Reihe zu kriegen. Ja, oder wie viele Angebote gibt es denn überhaupt dann auch solche traumatisierten Menschen zu helfen oder was können die wahrnehmen? Ist da auch eine sprachliche Barriere eventuell dahinter oder, oder, oder. Das ist ja wieder ein mannigfalliges Thema. Aber hier, wenn sich das Lebensumfeld ändert, verändern sich auch deine Prioritäten. Nicht zwangsläufig, aber manchmal schon. Punkt Nummero cinco, die fünf, Gefühlen der Hoffnungslosigkeit. Manche Menschen erleben eine tiefe Hoffnungslosigkeit oder Depression, die sie daran hindert, an die Verwirklichung ihrer Träume zu glauben. In solchen Fällen kann Resignation eine Form des Selbstschutzes darstellen, um sich vor weiterem emotionalen Schmerz zu bewahren. Punkt Nummero. Ja, nehmt, wenn ihr, wenn ihr euch dazu entscheidet, Hilfe wahrzunehmen, verstrickt die Hand aus, ja, also, man muss es erst begreifen, der Schalter muss umgelegt werden. Ähm, ich glaube, du hast dein Mikrofon ausgeschaltet. Nein, du hast vorne auf den Knopf gedrückt, glaube ich. Stimmt. Jetzt weiß ich nicht, wie lange du ohne das geredet hast. Ich glaube, ich habe gesagt, du wiederhol es nochmal. Ähm, genauso wie Mut und Hoffnung in deinem Kopf entsteht, entstehen auch Ängste in deinem Kopf. Also es ist das Gedankenkarussell, das sich in diese Situation rein manövriert. Und wenn du dieses Gedankenkarussell von Ängsten hast, dann rate ich dir dringend, Hilfe zu holen beziehungsweise Mittel zu haben, wie du da rauskommst. Also auf jeden Fall Dankbarkeitstagebuch führen, verschiedene Podcasts, Lieder, die dich glücklich machen und, und, und. Also gibt es ganz viele Methoden, die man machen kann, weil es existiert keine Angst. Die Angst, die existiert in unserem Kopf, genauso wie die Hoffnung. Deswegen, Auch hier ein Lösungsvorschlag. Klar, Hilfe suchen, einsehen, dass man Hilfe braucht. Ja, vielleicht ist man doch dann der resignierte Typ und merkt, ey, so kann es nicht weitergehen. Hilfe suchen, Hilfe annehmen, Hilfe umsetzen. Aber auch hier, die Selbstreflexion und Identitätsarbeit, sich selber besser zu verstehen und herauszufinden, was einem wirklich wichtig ist, kann der erste Schritt sein, um neue Wünsche zu entwickeln. Dies kann durch Selbstreflexion, Tagebuchführung, Meditation oder Gespräche mit vertrauten Personen geschehen. Ja, es kann wirklich der erste Schritt sein. Ja. Der erste Schritt vom Rest eines Lebens. Ja, und auch Zug um Zug dann auch wieder Ziele zu setzen. Die Festlegung konkreter Ziele. Es muss nicht immer der große Batzen an Kuchen sein. Es langt auch erstmal ein kleines Stück. Ja, Ziele, die konkret sind, die sowohl inspirierend als auch erreichbar sind, kann helfen, eine klare Richtung im Leben zu finden, um neue Wünsche zu entwickeln. Es kann hilfreich sein, Ziele in verschiedenen Lebensbereichen wie Karriere, Beziehung, persönliche Entwicklung und Freizeit zu setzen. Und die Frage ist ja auch mal, die Träume zu hinterfragen. Also, wieso habe ich diesen Traum? Also, weil viele sagen dann, ja, jetzt bin ich aber viel zu alt, für den Traum wahr werden zu lassen. Aber meistens steckt ja, also, immer steckt hinter dem Traum eine Emotion. Also, es geht ja um ein gewisses Gefühl. Also, keine Ahnung. Also, das fand ich auch sehr gut bei dem Seminar erklärt. Und zwar ging es da drum, dass im Endeffekt eine Designer-Handtasche ja dasselbe kann wie ein YouTube-Beutel. Aber, das Ding ist, eine Designer-Handtasche hat ihren Preis, weil sie mit einem Wert verkauft wird. Also, mit einer Emotion. Wenn du diese Tasche trägst, dann wird dir eine Emotion, du hast da eine bestimmte Emotion und du fühlst dich aufgewertet. Und deswegen ist man bereit dazu, vierstellige Beträge oder auch fünfstellige Beträge für so eine Tasche zu bezahlen. Und es geht nicht um die Tasche und es geht auch nicht um das Material, sondern es geht um die Emotion und um das, wie du dich dann fühlst, wenn du diese Tasche trägst. Also, du fühlst dich aufgewertet. Und im Endeffekt geht es ja auch darum, wenn man Träume hat, dann sollte man vielleicht mal hinterfragen, warum hat man diesen Traum? Um was geht es genau bei dem Traum? Weil man ist nie zu alt dafür. Jetzt wird jemand sagen, ah ja, gut, mein Traum war es, Model zu werden. Heute bin ich 40, bin ich zu alt zum Model. Aber ich meine, es gibt ja auch reifere Models, die gesucht werden. Es gibt auch verschiedenste Figuren und Größe an Models, die gesucht werden. Das ist das eine, wenn es darum geht, Model zu werden. Aber das andere ist, vielleicht geht es dir ja auch um das Gefühl von Anerkennung oder keine Ahnung, was bei dem Traum dahinter steht. Und dieses Gefühl kann man mit Sicherheit auch durch andere Dinge quasi hervorrufen. Ich finde auch, das hast du so ein bisschen angeschnitten vielleicht, nee, aber das war mein Gedanke eben dazu, dass man eventuell Träume anderer erlebt. Ja. Ja, dass man nicht unbedingt jetzt sagt, ey, das ist jetzt aus meiner Feder entstanden, sondern einfach mitgerissen wird. Ey, ich will jetzt über Mario Land sehen in Osaka, in Japan. Das ist aber mein Traum. Meiner war es zuerst. Nee, aber so weißt du, wie ich meine, du hast eigentlich gar keinen Turn auf das Ganze, gar keinen Turn auf das Land, auf die Kultur, aber was weiß ich nicht, auf Turn, auf Reisen hast du überhaupt nicht, du willst jetzt so lange fliegen. Ja, ähm, willst du das aber machen, weil es mein Wunsch ist oder mein Traum oder wie auch immer. Ja, da kann man sich aber auch wieder schnell verstricken und sich selbst auf dem ganzen Wege oder auf der Reise halt eben selbst verlieren, wenn man immer, das sagen ja auch manchmal Eltern oder sowas, ich habe das alles nur für dich gemacht, das war dein Traum, ich habe dich dahin geschickt, das war deine Ausbildung, das war dein Wunsch, diese Ausbildung zu machen oder dort ins Internat zu gehen, das waren alles deine Wünsche und man selbst hat sich dann eben verloren. Vielleicht wäre das auch so ein Punkt, ne, aber hier, wie man, kann man mir nicht vorstellen, dass ein Kind den Wunsch hat, auf ein bestimmtes Internat zu gehen. Ja, wenn es ein Sportinternat ist. Ach so. Beispielsweise, das ist eine Sportschule oder sowas, integriert mit Schule, ne, gibt es ja viele Stützpunkte hier in Deutschland, auch Olympiastützpunkte, aber auch hier. Aber oftmals ist es ja auch umgekehrt, meistens sogar, dass die Eltern denken, sie wollen den Kindern ein besseres Leben bescheren, aber die Kinder dann den Traum der Eltern leben sollen, also von, was weiß ich, Beauty Queen zu werden oder Tänzerin zu werden. In den Staaten, die Beauty Pageants da. Fußballprofi werden, Basketballprofi werden. Wie siehst du das? Also wie viele Eltern, sage ich mal, drücken die eigenen Kinder in die eigenen Wünsche. Krass. Sehr, sehr, sehr. Und die Kinder machen das, denken, es sind ihre Wünsche, weil sie einfach nur den Eltern gefallen wollen, weil sie einfach nur die Anerkennung von den Eltern wollen. Also. Punkt. Neue Erfahrungen machen, neue Erfahrungen zu sammeln und aus der Komfortzone herauszutreten, kann dazu beitragen, den Horizont zu erweitern und neue Interessen und Leidenschaft zu entdecken. Dies kann bedeuten, neue Hobbys auszuprobieren, reisend zu Unternehmen, an Weiterbildung teilzunehmen oder sich freiwillig zu engagieren. Engagieren? Zu engagieren. Ja, das kann dir dabei helfen, neue Träume zu entwickeln, dich neu zu definieren und eventuell auch wieder Spaß an dem Ganzen zu erleben. Achtsamkeit, schrittweise vorgehen ist hier auch ein Tipp, das Ganze Stück für Stück anzugehen und nicht sich dann wieder in zu hohen Zielen oder zu hohen Wünschen und sich irgendwo rein zu manövrieren, wo man dann denkt, ey, ich gebe wieder auf, weil es einfach zu hoch gesteckt ist. Yes, yes, yo. Also ich glaube, es gibt keine zu hohen Wünsche. Nee, das ist nett, genau. Ich glaube, man sollte wirklich einfach mal groß denken anstatt klein, weil es ist ja wirklich so, wenn ich große Wünsche habe und keine Ahnung, erreiche ich im Prinzip nur die Hälfte meiner Wünsche, dann habe ich mehr erreicht, als wenn ich mir keine Ziele gesetzt hätte. Genau, das ist es. Keine Ahnung, ich will Millionär werden und habe am Ende nur 500.000 Euro, na ja, besser wie gar nichts. Ja, das ist ja, also wenn du jetzt sagst, ey, das ist so und so und ich sage so und so, ist das doch meine Limitation, nicht deine. Ja, oder wenn ich sage, ey, keine Ahnung, ich will eine mega Villa haben und habe am Ende in Anführungszeichen nur ein Haus, aber immerhin habe ich ein Eigenheim. Ja, völlig, völlig, da gehe ich dann mit einher mit dem Ganzen, ne. Dass man halt eben Ich glaube, man darf sich, das stimmt wirklich, der einzigste Grund, warum Menschen scheitern und ihre Träume nicht erfüllen können, ist, weil sie zu früh aufgeben. Und das ist wirklich so. Weil auch das würde jeder erfolgreiche Mensch sagen oder das weiß man ja auch schon von Albert Einstein und so weiter, dass das alles Leute, oder keine Ahnung, wie lange es gebraucht hat, wirklich die Glühbirne zu erfinden oder so. Also wie oft die Leute da dran gescheitert sind, bis die den richtigen Weg gefunden haben. Ja, das ist aber das Thema, finde ich, irgendwie Master Your Mind. Das siehst du ja viel bei Schaulinen-Mönchen oder in den Lehren von Bruce Lee. Da war ja nicht nur Kampfsportkünstler, der auch Kampfsportler, ist aber auch Philosoph. Das auch. Was hat er gesagt, wenn man eine, man ist erst Profi, wenn man eine Übung, Nee, du meinst das mit den 10.000-Meterholungen? Ja. Ja, irgendwie so war das Zitat, ja. Du kannst eine Bewegung blind ausführen, oder es ist nur sinngemäß, wenn du diese Übung 10.000-Mal trainiert hast, dass es aus, dass es ein Reflex wird, beispielsweise, wo du gar nicht mehr reagierst, sondern dein Körper automatisch funktioniert. Was ich aber sagen wollte, dass auch bei Schaulinen-Mönchen kann man sich viel abschauen, was die Disziplin angeht, Übungen auszuhalten. Ja, die machen wirklich ganz stupide im Kibadashi, also, keine Ahnung, wie heißt es, in der Reiterposition sich hinzustellen, also in so einer Kniebeugeposition und dann wird runtergezählt und nochmal runtergezählt. Und da bleibst du einfach in der Position stehen oder sitzen, je nachdem, wie man es sieht, und du lernst, den Schmerz auszuhalten irgendwann, so dass du Mind over Matter bist, dass du einfach Herr deiner Gedanken bist und Herr deines Körpers. Man sieht ja auch diese Roadshows damals, die es in den 90ern gab oder 2000ern, wo sie angefangen haben, Stahl zu verbiegen mit ihrem Hals, überglühende Kohlen laufen, das ist auch alles wieder irgendwie ein bisschen New Age und was labert der wieder. Aber im Endeffekt ist es ja so, dass du deinem Körper mehr zutraust, als er eigentlich irgendwie abkann und so ist es halt eben auch wie dein Träumen. Warum solltest du kleiner denken, als du capable bist irgendwie. Du kannst einfach mehr. So ist es meiner Meinung nach. Ja, also im Endeffekt ist es ja auch meistens so, dass viele davon berichten, dass sie den Durchbruch dann hatten, als sie wirklich kurz vorm Aufgeben waren. Ja, weil wahrscheinlich dann der Initialfunke irgendwie übergesprungen ist und es dann ins Rollen gekommen ist. Ja. Aber auf jeden Fall lohnt sich das, seinen Träumen hinterher zu jagen oder beziehungsweise seine Träume wahr werden zu lassen. Lohnt sich auf jeden Fall. Neue Wünsche entwickeln und ein erfüllteres Leben führen. Ja, auch das ist natürlich ein Punkt, wenn man seine Wünsche schon alle erfüllt hat, natürlich neue zu haben, um auf was Neues hinzuarbeiten. Ja, davon berichten auch viele ältere Menschen unter uns. Ja. Gerade zwischen deinen Zwanzigern, Dreißigern, Vierzigern, bist du hier schon angekommen mit beiden Beinen, stehst du im Leben, was kommt dann? Was machst du in der Rente? Hast du dir schon einen Plan B geschmiedet, einen Plan A, wie willst du der Rente begegnen? Und auch hier gibt es viele tolle Beispiele da draußen, die sagen, ey, ich habe nicht aufgehört, sondern ich habe angefangen zu leben, weil ich mir neue Wünsche, neue Ziele gesetzt habe. Und mit 65, 67, 70 bist du halt noch lange nicht unter der Kiste. Ich meine, wir sind besser versorgt als damals, die Älteren, die man noch so kannte. Unsere Körper sind besser ausgestattet, wir haben im meisten treiben mehr Sport, dass sie ausdauerfähig sind und auch dem Körper mehr gegeben haben, sodass du halt auch noch lange von deiner Rente was zehren kannst und dir halt eben auch Wünsche und Ziele setzen kannst. Ja, das stimmt. Let your dreams come true. Ja, Macarena, das war's. Lass sie dich nicht berauben. Genau, fangen wir da an zu träumen. Ein bisschen Peter Pan. Ja, Peter Pan. Genau, ich hoffe euch, dass euch die Episode hier gefallen hat. Bitte subscribe. Ja, also wir wollen hier nicht schnorren, aber lasst ein Abo da. wir wollen schnorren, bitte lasst ein Abo da. Ja, komm, einfach mal den Abo-Button aktivieren. Seid mal gönnerhaft unterwegs. G steht für gönnen, genau. Glocke aktivieren, kommentiert das Ganze auch. Ich glaube, in der letzten Folge haben wir auch gesagt, also wo wir jetzt hochgeladen haben, wenn ihr Vorschläge habt, was ihr gerne hören würdet, was es ein Thema gibt da draußen, was es lohnt zu betalken, was euch interessiert, schreibt es in die Kommentare, lasst es uns wissen, kontaktiert uns auf Instagram, folgt uns auch da. Pipapo, hier steht für gönnen, bleibt gesund, bleibt stabil. Am Donnerstag kommt die nächste Episode Pelser Stammtisch von Senorita Jenny und Senorita Shalima. Haben wir die schon aufgenommen? Haben wir schon aufgenommen, ist hier noch. Ich weiß schon gar nicht mehr, um was es ging, aber alles gut. Ich weiß auch nicht, ich muss reinhören in die Folge. Obwohl. Bleibt es mir gesund, bleibt es mir stabil, euch allen noch eine tolle Woche und je nachdem, wie ihr das hört, bleibt es mir stabil und bleibt es mir gesund. Ciao. 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 Vielen Dank.